Ich bin schon mal wundert, dass sie noch nicht geschrieben haben. Auf geht's, Coco war zu zweit. Hier ist halt Coco Bombe. So, was hab ich dann von der Töcke bei Disputa? Steinkante. Also was gehört jetzt zu mir? Das oder das? Ach nein, das. Was? Für meinen dritten Pokémon und du? Zweite. Jetzt bin ich auch am dritten. Ich bin da. Ja. Jetzt nur noch nach Wannanabere fallen. Es gewonnen fünf Tränke. Zwei goldene, drei Beläder, drei Supertrank. 14 Bälle. Hätte ich gleich noch nie. War nur zwei goldene und drei Sonderbonbons gekriegt. War besser als alles andere. 1651, das ist gar nicht mehr so scheiße. Was hast du? 151? Ja. Ja, 44. Das war schon ganz gut. Müsste meines Wissens über 80 Prozent dann sein. Oh, was ist denn mit dir Hüpfkoko? Alter, Alter. Drei gelbe Bälle. Zwei Bälle schon verbaut. Ich hab ihn. Ich glaub, ich geb ihn. Ich hab ihn. Ich denk schon. Und was hat?